Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Kollege Nettekofen, mir hat sich gerade aufgedrängt, ob Sie diese Fülle an Versatzstücken und Phrasen irgendwie heute Morgen im Adventskalender hatten oder woher dieser ganze Zitate-Kalender da irgendwie kam. Viel Substantielles war jetzt noch nicht so ganz dabei, aber einsteigen wollte ich eigentlich mit etwas ganz anderem, denn bei der Betrachtung der Redeliste habe ich heute festgestellt, heute hat jemand anders das große Losgezogen der Landesregierung und darf fachfremd für den Bereich Sport sprechen. Heute sind Sie es, Herr Minister, denn der Sport freut sich ja so sehr darüber, dass der Sport jetzt endlich Chefsache ist. Und, wie ich sehe, der Chef ist tatsächlich auch zugegen, im Sportausschuss ist er das nicht und reden tut er im Plenum dazu auch nicht. Genau, darauf wollte ich hinaus, Herr Ministerpräsident, das ist aus meiner Sicht auch gar nicht schlimm, denn mit der Frau Staatssekretärin ist der Sport ja sehr kompetent vertreten. Aber, 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 ja, in der rot-grünen Landesregierung musste sich die Chefin des Sports nicht in der hinteren Reihe verstecken, sondern dürfte als Ministerin sogar am Redepult selber sprechen. Also jetzt stellt sich die Frage, ob das Chefsache ist oder ob der Sport bei der selbsternannten NRW-Koalition in der zweiten Reihe sitzt. Aber beginnen wir mal mit den Einigkeiten. Die Stärkung der Trainerfinanzierung, das hat ja Kollege Bischof auch schon gesagt, auch das finden wir gut. Das ist der richtige Weg und die Zusammenführung der Trainerfinanzierung und der Trainer beim LSB ist auch sinnvoll. Aber, und darauf habe ich schon hingewiesen im Ausschuss, und stellt sich trotzdem nach wie vor die Frage, ob das Ansinnen der Stärkung der Athletinnenförderung und Athletenförderung, die wiederum auch richtig ist, und gleichzeitig die Stärkung der paralympischen Sportarten, nämlich auch der Bündelung bei der Sportstiftung, ob das am Ende des Tages wirklich für alle ein Plus bedeutet, oder ob das wieder mehr oder weniger so rechte Tasche, linke Tasche ist und am Ende für alle nicht mehr übrig bleibt. Also ein klares Ja zur Stärkung der individuellen Förderung der Athletinnen und Athleten und zum Zweig der paralympischen Sportarten. Da würden wir doch gerne im Detail noch ein bisschen mehr erfahren, auch ein bisschen mehr als das, was Sie uns im Ausschuss schon vorgetragen haben. Und, auch das habe ich im Ausschuss schon angesprochen, die Sportstättenförderung. Das ist ja eines der zentralen Themen auch dieses Sporthaushalts, über den wir uns hier auch immer wieder ausgetauscht haben. Zum einen die Deckungsfähigkeit. Ich kann es ja nur immer wieder sagen, ich finde wirklich schön, dass Sie dem Sport angeraten haben, er sollte lauter schreien, damit er sich nämlich durchsetzen kann gegen die Bildung und gegen die Bildungspauschale. Ich glaube, verantwortungsvolle Landespolitik sorgt dafür, dass es kein Gegeneinander gibt zwischen Sport und Bildung, sondern dass ausreichend Mittel für beide Seiten zur Verfügung stehen, Frau Staatssekretäre. Da wäre das Geld gut angelegt. Aber es gibt ja noch weitere interessante Dinge bei der Frage der Sportstättenförderung. Auch das habe ich im Sportausschuss schon gesagt, denn ich finde ganz bemerkenswert, wie diese Landesregierung es schafft, den Sanierungsstau bei den Sportstätten immer weiter klein zu rechnen. Erst sagt die Staatssekretärin, es gibt einen Sportstätten-Sanierungsstau zwischen 8 und 3 Milliarden. Wir haben uns auf 3 Milliarden geeinigt. Im Ausschuss sagen Sie dann, es sind nur noch 2 Milliarden. Im Haushalt sind 0 Euro eingestellt. Also in diesem rasenden Tempo hat noch niemand den Sanierungsstau abgebaut wie Sie. Aber es geht ja auch um die Frage der Förderung des Breitensports. Kollegin Nettekofen, Sie haben uns ja gerade versucht zu erklären, wie, also wir haben es ja auch schon im Ausschuss gehabt, und auch da hatten wir große Fragezeichen, was denn eigentlich Ihre Änderungsanträge für den Haushalt beinhalten. Jetzt haben wir die auch schwarz auf weiß hier liegen. Das war im Ausschuss noch nicht der Fall. Das ist in Ordnung aus meiner Sicht. Aber jetzt frage ich mich immer noch das Gleiche wie im Ausschuss. Und ich meine, das hat der Herr Bischof sich ja auch schon gefragt. Sie schreiben hier Zuwendung zur Förderung des Sports und so weiter, Breitensport. Und dann kommt, Sie wollen Geld stecken in die Förderung der motorischen Tests. So weit, so gut. Sie wissen, Sie kennen meine kritische Haltung dazu, dass die Kuh vom Wiegen nicht fetter wird. Aber zu behaupten, dass das den Breitensport stärken würde, weil man einen Test unterstützt und vergessen hat, Geld einzustellen für die Angebote, die dahinter liegen müssen, das ist in der Tat auch schon ein ganz bemerkenswerter Zaubertrick, den Sie hier aufgeführt haben. Aber offensichtlich scheinen Sie sich nicht daran zu stören, dass Sie nach wie vor nicht verstanden haben, dass wenn man erst etwas testet, dann gegebenenfalls ein Defizit feststellt, vielleicht auch noch das Angebot hinterlegen muss. Das würde ich mir wünschen, vielleicht für die dritte Lesung, dass Sie da noch etwas einbringen, wo Sie vielleicht auch die Sportvereine tatsächlich stärken. Und dann haben Sie auch noch fertiggebracht, unter der Stärkung des Breitensports zu subsumieren die 250.000 Euro, die für die Olympiastützpunkte vorgesehen sind. Auch das müssten Sie uns noch einmal erklären, wo die Olympiastützpunkte den Breitensport stärken. Natürlich kann man sagen, keine Spitze ohne Breite, aber im Grunde genommen könnte man dann auch sagen, es gibt auch keine Hochschulabsolventin, wenn niemand in der Grundschule anfängt. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass die Förderung von Grundschulen automatisch dem Wissenschaftshaushalt zuzuschlagen ist, Herr Kollege. Im Großen und Ganzen sind wir uns aber bei vielen Dingen einig. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass ja immer der vielbeschworene Sportfraktion bei vielen Dingen einer Meinung ist, sondern es hat auch offenkundig was damit zu tun, dass die rot-grüne Landesregierung ja gar nicht so schlecht gearbeitet haben kann. Und an dieser Stelle will ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass ich sehr gespannt bin, was denn nun in dem neuen Pakt für den Sport oder wie auch immer er jetzt heißen soll, Sportland Nummer 1, denn eigentlich im Endeffekt stehen soll. Denn das Entscheidende, worauf der Sport ja auch wartet, ist das Signal, dass auf fünf Jahre festgeschrieben wird, dass Sie eine Planungssicherheit haben. Das hat Rot-Grün erstmals für den Sport gewährleistet. Und ich setze darauf, dass Sie an dieser Tradition anknüpfen. Vielen Dank.